Na, Alter, wo läuft der denn hin? Na, na, da, geh mal da hin, genau. Okay, da ist nichts. Hm. Ist auch nichts. Hier war noch eine Tür. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, ich schüttel doch den Controller. Gott, oh 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 Gott. Nein, oh, drückt doch euer Eins. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da geh doch mit ihr und euch da ins Badezimmer wieder, so dann liest du doch aufs Bett. Ich rufe den Notarzt. Nein, äh, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wolltest du noch was zu verbinden im Schlafzimmer, äh, im Badezimmer vielleicht? Mal sehen. Ich brauche das. Und das. Und das. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Warte, 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 warte. Ich wollte da gerade nochmal. Mist. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich. Susan, bleiben Sie wach. Können Sie mich hören? Wach, 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 wach. Okay, gut. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey. Wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay. Ja. Wir gehen mal eben gucken, wie es dem Kleinen geht. Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Dann ist mal eine Ansage. Sie heißt Emily. Okay. Okay. Emily. Hey, Emily. Oh, nee. Da, äh, gehe ich mir, glaube ich, lieber erst mal die Hände waschen. Hier war die Küche, ne? Ja. Hallo. Jo. Hm. 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 Okay. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir müssen jetzt Windel wechseln. Hm. Wie die guckt, ne? Wie ging das nochmal? Hm. Voll geil. Voll happy. Okay. Okay. Na bitte, alles wieder frisch. Jawohl. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Hey. Was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, was sie will. Ja. Ich mach das Ding mal lieber warm. Hm. Das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen dauern. Muss ich jetzt hier warten, oder? Ach, warte mal. Schon fertig. Das ging ja schnell. So. Da gucken wir nochmal. Können wir mal das Fläschchen geben. Oh, Emily. Hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Ich mach... Entschuldigung. 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 Ich weiß gar nicht, was ich gehacken soll, gerade. Ganz schön verfressen. Die Kleine. Jetzt müssen wir erst mal ein Bäuerchen machen, ne? Ui. Oh Gott, das muss langsam gehen. Die ist schon am Schlafen. Voll geil. Voll süß, die Kleine. Jawohl. Jawohl. Alles geschafft. Dann gucken wir nochmal nach der Mutter. Danke. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Das war ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man den Wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Und seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat jemand noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich habe es nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte Sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das Handy finden. Das ist ja gesagt im Wohnzimmer in der Schublade. Bin ich mal gespannt, wo das... Ist das hier? Oder hier vielleicht? Da ist es. Das ist, glaube ich, dasselbe Handy, das wir auch haben, ne? Oder so ein ähnliches. Aber es geht nicht. Da fehlt bestimmt auch diese Speicherkarte. Denke ich mal. Hm. Ja, dann machen wir mal. Äh, wo war der Ausgang? Hier? Komme ich hier raus? Ja, dann machen wir mal. Mittwoch, 11 Uhr 3. Mittwoch, 11 Uhr 3. Wir haben die erste Adresse gefunden. Und schauen wir mal, was uns erwartet. In City Garage. So. Schauen wir uns mal um. Äh, okay. War wie cool, was da draußen ist. Äh, nein. Äh. Ich will doch nicht raus, Mann. Geh doch wieder rein. Wollen wir mal gucken, wie das draußen aussieht. Ist schon geil gemacht da draußen, ne? Ist schon irgendwie. So. Da unten ist jemand am Schrauben. Kannst du mal hier, können wir hier noch irgendwie was gucken? Oder? Bevor ich den jetzt befrage oder den irgendwie eine Frage stelle. Lass mal gucken. Das ist aber eine große Werkstatt, sah von draußen gar nicht so aus. Entschuldigen Sie? Hey. Hey. Oh. Ah. Sorry. War beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Roy. Der heißt Roy. Ich möchte... ...mein Auto. Okay. Sehr merkwürdiger Typ. Hey. Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit zwei Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren. Haben Reifen und Batterie gecheckt. Genau wie Sie es gesagt haben. Hier. Drett das Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der... Einen schönen Tag noch, Meister. Okay. Ein Auto. Da bin ich immer gespannt. Und vor allem, was werden wir in dem Auto finden? Ich habe ein böses drittes Erdgeschoss. Äh, drittes Tiefgeschoss, sagt er. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Die Frage ist, welcher ist es? Da hinten, okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht von draußen gar nicht so aus wie so eine Werkstätte. Das sieht aus wie so ein Parkhaus, ne? Und der sieht noch relativ neu aus, der Wagen. Ob ich das mal so anmerken darf, was ich gerade gesehen habe. Okay. Okay. Äh, ach so, den linken Stick, okay. Da können wir aussteigen. Ich gucke erst mal ins Handschuhfach. Hallo? Äh, Handschuhfach. Du hast den Schlüssel. Hä? Er hat doch den Schlüssel vom Auto, wieso? Kofferraum vielleicht. Okay, vielleicht nochmal aussteigen. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ist das ein Navi? Ihr Ziel liegt vier Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Okay. Fahren wir mal da hinten. Bin ich mal sehr gespannt. Gucken wir mal, wo wir ankommen. Aja, ja, 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 ja. Sehr ominös alles. Ob ich das mal so anmerken darf. Sehr, sehr ominös. Was jetzt? Sie haben ihr Ziel erreicht, oder was? Was? Bitte, was? Ähm, äh. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Ach du Scheiße. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Meine Hände zittern so. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Ach du heiliger Strohsack. Sean hat viel davon, wenn ich mich auf dem Highway umbringe. Fünf Meilen über den Highway im Gegenverkehr. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, um meinen Sohn zu retten? Der reine Wahnsinn. Ich bringe Unschuldige um. Was gibt mir das Recht, Gott zu spielen, um meinen Sohn zu retten? Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Das wird lustig. Hallo Daria. Willkommen zum Live-Let's-Play von Heavy Rain. Oh Gott, das wird lustig. Das ist, glaube ich, mit Quicktime, ne? Ich, äh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Höh! Höh! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Höh! Höh! Alter! Nein, was? Höh! Oh, war das knapp. Höh! Höh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein! Höh! Ah. Ja! Alter, was? Geh weg. Geh doch von der Straße weg. Geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg. Alter, ich kann das nicht. Wow. L2, nein! Oh, fuck. Oh Gott, 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 ich kann Quicktime Events nicht so gut. Speed limit 30. Nein, ich habe mich nicht entschieden, nein. Oh, hallo Polizei. Scheiße, ich werde so in den Knast gehen. Aber sowas wollen. Oh, oh. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, habe ich den überfahren? Alter, ich habe einen Polizisten überfahren. Nein, L2, nein. Nein, nein. Ich habe einen Polizisten überfahren. Was? Nein. Ich muss raus hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss das Display drücken. L1. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. L1. Bitte drücken Sie das Display. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ja, schön. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ja, hallo. Der Schlüssel ist im GPS. Ähm. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Na toll, das klingt ja super. Das klingt ja echt spannend. Kann es sein, dass es falsch rum ist jetzt, weil ich auf dem Kopf fliege? Oh Gott, 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 oh Gott Nein, was? Ach, äh, L1, L1, R1, R2 Und noch Ja, ich muss nach oben nicht nach unten drücken, weil es ja verkehrt rum ist Oh, die nächste Speicherkarte So, wie komm ich hier raus? Nein, drück doch X Das Auto brennt schon Hopp Oh, fertig Los, 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 los Raus da Mann Was spinnt du da los? Du wirst ein Polizist nimmer fahren, willst du mir farschen? Oh, 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 oh Na toll Die ersten Buchstaben und Zahlen haben wir schon mal Noch vier weitere Prüfungen Vier weitere Prüfungen Um die Adresse herauszufinden, wo unser Sohn ist Sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020